Und dann, weil sie halt, wie gesagt, von klein an, war ich schon Fan von der Kastelruder-Spatzen. Kastelruder-Spatzen? Ja, und die Laura hat dann noch im zahlten Alter von so circa ein, eineinhalb Jahren, musste dann immer bei mir auf der Couch sitzen, wenn halt dann im Fernsehen sowas wie der Kastelruder kam. Und da sie halt immer schon viel und gern gesungen hat, hat sie halt natürlich auch sehr bald die Lieder von den Kastelruder nachgesungen. Ihr wart ja auch bei Auftritten, weil du hast uns ein Foto mitgebracht. Das ist das Foto. Ich zeige euch das, das muss man gesehen haben. Blumen hat er gekriegt damals. Und dann war die Laura bereit, mit dem Blumenstrauß. Also auf dem Foto erkenne ich die Laura, was ist das andere? Das andere. Am Monitorboxen, Monitorboxen und der Norbert Reher. Ja. Ich bin begeistert. Mit Schleife, das volle Programm. Ja, die Lackschuhe und die Schleife, das muss also sein. Wart ihr denn wieder mal bei den Kastelrutern? Also das ist bei uns Familientradition, also schon unser Leben. Wir sind schon immer wieder. Immer. Und die Laura fast immer dabei. Du hast noch nie mit ihnen gesungen? Nein. Also wir haben uns nun mal zwar live getroffen, das war aber ganz kurz beim gemeinsamen Finale. Ja. Das wie heute bei dir hätte es noch nie gegeben. Wir schreiben den 1. Januar und würde es dir eine Freude machen, gemeinsam mit den Kastelruter einige ihrer großen Hits zu singen. sehr gerne würde ich das machen, wenn der Norbert das möchte und die Spatzen, sehr gerne. Er hat gesagt, komm zu uns auf die Bühne, wir beide bleiben hier. Wir gewissen das. Ja, sehr gut. Laura, darf ich dich auf die Bühne bitten zu den Kastelruter Spatzen. Eine Premiere, eine Weltpremiere, obwohl sie sich seit vielen, vielen Jahren kennen. Das ist jetzt was Besonderes. Das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, die freut sich wirklich. Das ist für die Laura das absolute Highlight. Kannst du dir versichern. Meine lieben Damen und Herren, so früh in diesem Jahr, Sie hätten auch die Möglichkeit, wenn Sie möchten, schreiben Sie mir, wenn Sie auch mal mit mir singen wollen. Das ist mir nämlich noch nie passiert, dass irgendjemand mit mir singen möchte. Freiwillig, die Kolleginnen und Kollegen, die heute noch mit mir singen müssen, die haben wir gezwungen, vertraglich, dass sie mit mir singen. Aber die Laura, die freut sich. Die Kastelruter freut sich. Endlich stimmt es politisch korrekt. Die Kastelruter Spatzen und die Spatzin. Mit dem großen Hitz der Kastelruter. Tränen passen nicht zu dir, viel zu schade sind dafür. Deine Augen, mein blondes Kind. Sie sind schöner, wenn du lachst und mich damit glücklich machst. Glaub mir, dafür sind sie nur bestimmt. Bist du mal traurig, komm in meine Arme. Dort findest du gleich wieder Sonnenschein. Tränen passen nicht zu dir. Tränen passen nicht zu dir, denn du bist doch, glaube mir, nur geboren zum Fröhlichsein. Und wenn du aufwachst, dann findest du eine weiße Rose. Dass sie sagte, ich muss gehen. Und wenn du aufwachst, dann findest du eine weiße Rose. Du bist doch erst verstehen, in meinem Herzen, da blüht für dich eine weiße Rose. Kleine Jenny, du sollst warten, auf die roten Rosen warten. Eine weiße Rose sagt es dir. Schatten überm Rosenhof, dem schönsten Hof im Tal. Kein Sturm, kein Feuer, keine Not, brachten ihn zu Fall. Schatten überm Rosenhof, wenn Sucht zum Schicksal wird. Und ein Kartenspiel entscheiden muss, ob man Haus und Hof verliert. Schatten überm Rosenhof, Herzschlag für Herzschlag, denk ich an dich. Herzschlag für Herzschlag, hörst du es nicht. Jede Sekunde, jeden Augenblick. Herzschlag für Herzschlag, denk ich an dich. Herzschlag für Herzschlag, denk ich an euch. Für mich ist Herzenssache, dass ich dich glücklich mache, denn dafür lebe ich. Und jeder Augenblick ist pures Glück für mich. Was wär ich ohne dich? Für mich ist Herzenssache und lebenslänglich. Das gleiche Wort, seit es dich gibt. Darum versprich mir, dass du nie vergisst, dass du doch Herzenssache für mich bist. Dass du doch Herzenssache für mich bist. Sag, ist es Zufall oder Schicksal? Was ist unser Leben? Steht es in den Sternen, ob wir uns begegnen? Fragen für den Wind, die jeder Morgen mit sich bringt. Sag, ist es Zufall oder Schicksal? Wenn zwei Menschen spüren, dass sie schiere Herzen grenzenlos berühren. Wann kann mein Zufall Schicksal auch sein? Ganz was Besonderes, ganz was Spezielles am Anfang dieses Jahres. Dankeschön, Laura Wilde. Neben Norbert Rier mit den großen Spatzen-Hits, die unvergänglich sind. Das ist der Schlagaufspaß. Wir kommen von Kastelruth in Südtirol, wandern wir musikalisch sofort nach Las Vegas.